Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch, wie man einen Schaltknopf im Golf 4 wechselt. Das ist eine kurze Anleitung aus der Reihe von meinem Golf 4. In dem Zuge, dass das Lenkrad neu besattelt wurde, kommt auch ein neuer Schaltknopf rein. Das zeige ich euch in einem separaten Video, was jetzt hier oben verlinkt wird. Aber hier geht es nur um den Umbau, ist eine ganz schnelle Sache, möchte ich euch einmal kurz zeigen. Ja, weil es wirklich schnell geht, aber trotzdem, man muss es mal gemacht haben, dann ist es auch super einfach. Also zunächst mal wird hier dieser Schaltsack quasi ausgehebelt. Das könnt ihr entweder mit so einem Werkzeug machen, das ist aber nicht zwingend notwendig. Man kann es auch mit der Hand machen. Ihr seht, dieser Schaltsack ist sowieso nicht mehr so schön. Also man kann entweder hier so dran ziehen, dann hat man den Schaltsack in der Hand und die Blende auch. Die kann man also hochklappen. Wie gesagt, wenn ihr den alten Schaltknopf verkaufen wollt oder der noch gut ist, dann könnt ihr das hier so aushebeln. Dann ist hier drunter eine, ja wie so eine Nase, sag ich mal, oder so eine Klammer. Die müsst ihr einmal etwas aufbiegen. Dann gibt es hier so ein Werkzeug, so eine Zange, die quasi nach außen öffnet. Damit greift ihr dann hier unten einmal rein und öffnet diese Klammer auf. Wenn ihr diese Klammer dann aufgebogen habt, dann kann man einfach den Schaltknopf mit so ein bisschen, ja man muss einmal etwas fester drehen und dann kann man den abziehen. Das geht relativ weit raus. Dann diese Blende noch ab. Jetzt ist es hier ein bisschen staubig, das sauge ich mal im Aus und dann kommt der neue Schaltknopf drauf. Das zeige ich euch dann direkt danach. So, im neuen Schaltknopf ist dann ebenfalls, wenn ihr den Schaltsack einmal umstülpt. Das geht jetzt hier ein bisschen schwerer, weil das Leder noch frisch ist. So, dann ist hier auch noch so eine Spange. Da braucht ihr eine Zange für, um die zusammen zu drücken. Diese Spange hier wird mit einer Zange dann einmal so, also hier unten zusammengedrückt, so dass sich dieses Plastikteil zusammenbiegt und dann hier auf dem Schaltknopf hält oder auf dem Gestänge hält. Wenn ihr das dann festgezogen habt, da gibt es, da ist so ein Riefe drin in dem Schaltgestänge. Das heißt, der Schaltknopf kann auch nur auf eine Richtung darauf. Der kann dann auch im besten Fall nicht verrutschen und nicht wackeln. Wenn dann alles fest ist, wird vorne einmal quasi die Blende eingehakt und dann hinten geklipst. Dann könnt ihr den Schaltsack hier noch so ein bisschen hübsch machen und schon ist ein Neuschaltknopf im Golf 4 verbaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare.